Und da sind wir wieder, nach diesem kurzen... Du sagtest, es ist ein Job... Simon? 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 Jetzt, wo er nicht da ist, kann ich es ja mal sagen. Simon ist doof und stinkt nach AA. So, nur dass ihr es wisst. Und wie das Jumping Puzzle funktioniert, das weiß er auch nicht. Nämlich falsch. So. Jetzt, bin wieder da. Hallo. Wir machen jetzt einfach direkt weiter und, äh... Halt dich mal so hinter mir, dass man mich auch failen sieht, weil du läufst eigentlich immer vor mir, die ganze Zeit. Und man sieht ja deinen Bildschirm. Und man sieht mich dann halt nicht. Ich faile nicht, du bist... Du failst. Ich fail... Du hast eben drei Millionen... Du musstest cheaten, ja? Cheater. Cheater schweigen. Was hast du getan? Die einen, die einen nennst, cheaten die anderen. Ich glaube, ich habe... Habe ich die Bücherregale verstellt? Hast du das Video wieder angemacht? Ja. Du hast ohne mich weitergespielt? Vielleicht. Was bist du denn für ein Kameradenschwein? Ja. Ich bin... Ich werde nie... Ich werde nie mit... Wie bist du hier rübergekommen? Erzähl mal. Tja. Du bist falsch. Andere Richtung. Guck mal hinter dich. Die Ecke. Alter. Das sieht ja... Ist ja jetzt... Oh. 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 Alter. Das ist ja total... Total... Exklusiv... Exklusivaufnahmen. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Exklusive Audioaufnahmen. Er hat es geschafft. Warte mal. Ja. Das ist irgendwie nicht richtig. Hier müssen wir irgendwo... Ah. Aber das... Haha, Bitch. Er hat das ganze geholt. Aber es reicht doch nicht. Warte mal. Du hast doch gerade was umgelegt. Ich habe doch gerade Maschinen... Ja. Und das war glaube ich hier. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Ey, warte mal. Guck dir mal... Guck dich mal um. Und ich leg den Schalter nochmal zurück. Da müsst ihr... Nein, 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 nein. Warte mal. Hier. Hier. Hab's. Ja, jetzt ist wieder zu. Mach nochmal. Fum her. Fum her, Schwein. Hallo, Schwein. Hier geht's runter. Achso. War das wenigstens wichtig, das Telefonat? Ja. Ja, okay. Was ging um Absintheit, Cocktails? No light. You mad, bro. You mad, bro. Oh nein. Das ist ja total dunkel. Ah. Noch ein Jumping-Puzzle. Jens, dann mal los. Alter. Ich glaube, es ist mit Checkpoint 1, weil... Ja. Guck mal nach oben. Das geht noch ein Stück. Aber wo sind wir denn jetzt hier? Ist ja alles super crazy hier. Ey. Das ist dumm, die Mechanik mit den seitlichen Leitern. Da kommt man nicht so einfach drauf. Das ist doof. Das ist eine Eisentür. Ja, finde ich. Finster. Ich finde eher, du bist eine Pussy. Du musst hier einfach so schräg dran springen. Geht doch. Hier, so wie ich. Oh, das ist ja dunkel. Da tut ja in die Augen weh hier. Go, Schwein. Go, Schwein. Gott, verdammt. Ha, ha. Oh, ich bin drauf. Oh nein. Oh nein. Siehst du mich? Guck mal. Moment. Ich hab's gerade geschafft. Jetzt muss ich da hier so 300 Meter. Oh Gott. Na gut. Nein. 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 Nein, nein, nein. Ah, Jumping Puzzles. So, Schwein. Ah, ich hab's wieder geschafft. Verlierst du Sachen? Ich hab vielleicht in meiner Wut, ja, hab ich hier vielleicht Sachen kaputt gemacht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Es ist einfach ein dunkler Raum. Und gruselig wird's ja auch noch hier. Nein, au. So knapp und doch so weit weg. Ja. So nah und doch so fern. Es wäre vielleicht ganz sinnvoll für sowas, äh, einen Knopf zum Rennen einzustellen. Weißt du, was ich meine? Das doppelt drücken. Ja, anstatt doppelt drücken, ne? Das ist irgendwie total unbequem. Und geht mir voll auf den Sack. So, ich hab, ich hab ja mal ein bisschen was hinterlassen für die Nächsten, die die Scheiße hier machen müssen. Das war mir nie gekackt. Ich hab dich gewahrt. So ähnlich. Irgendwann kommt Land mit. Ah ja. Ne, ich hab, äh, ein Schild hier aufgehangen. Ah. Ach. Jedes Mal an dieser Stelle. Oh Mann. Oh Mann. Hier, das wird doch nichts hier. Schwein. Komm schon. Nicht aufgeben. Ja. Aber guck mal, wir haben zumindest hier diese Leiter haben wir jetzt mittlerweile fast drauf. Fast. Ja. Wenn man nicht drüber redet. Oh, ja. Dramatische Stille. Komm. Das jetzt, das ist der Run. Das ist der. Das ist der Run. Komm, ich helf dir. Oh. Oh, ich hab dich fackelt. Blöde. Du blöde Sau. Oh nein. Ich hab dich fackelt. Gut. Ich hab's wieder drauf gemacht. Okay. Das ist, das ist jetzt aber der Run. Das ist der Run. Das ist er. Der Midnight Run. Rising up, back to the top. You trade your oppression for glory. Oder so ähnlich. Er läuft dann nicht los, wenn ich ihn zum Loslaufen haben will. Schwein, du nimmst mir hier Platz weg. Ja. Mach, äh, komm jetzt mal hier durch das Puzzle. Es muss ja nur einer von uns schaffen. Die Chance ist ja schon mal doppelt so hoch. Wieso? Siehst du die Eisentür da? Dreh dich mal um. Achso. Ja, ich hab's gesehen, ja. Checking Point. Ich hab's mir eben angeguckt. Die Leute im Video haben's auch gesehen. Nein, er hat nicht gerannt, die Sau, ey. Ja. Ich kann gar nicht. Ich, ich krieg ja hier einen Krampf in die Finger. Was ist los? Alter. Nein. Nein, und es ist auch noch so dunkel und, ach. Warte. Wie bei deinem ersten Mal. Es ist dunkel und du kriegst einen Krampf in den Fingern. Ja, deine Mutter hat sich damals nicht drüber beschwert. So, pass mal auf. Ah, ich hab's fast geschafft. Du musst nicht cheaten. Ah, aber mich hier. Wie, wie cheaten. Hier lagen Fackeln rum. Hast du die nicht gesehen? Mich hier antwurzen. Ja, ja. Simon, die Leute haben's gesehen. Giving. Giving. Giving war's. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wovon du redest. Und wir haben hier für den Wahl-Quest erfüllt und wir haben farbige Wolle dafür bekommen. Wir sind auf der Heiligen-Quest nach, die Suche nach den fünf farbigen Wollblöcken. Ey, in WoW musste man einem Typen im Kackhaus Seidenstoff bringen. Und das fanden wir damals lustig. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Guck mal, guck mal. Hey, schn... Yes. In voller Aufnahme. Ich hab mich angesumt. Ich glaub, wir müssen hier Jackety-Sex und, äh, du weißt, Jackety-Sex und dann, ah! Und dann schneller machen. Nee, nee, wir lassen das hier, das volle Programm. Die wollen doch bestimmt alle sehen, wie wir failen. Darum geht's noch. Ja, nach dem zwanzigsten Mal knacken. Weißt du, man will das... Oh, ich bin... Man will das selber nicht spielen. Wir gehen hier einer nach dem anderen, ja? Stell dich an. Nach dem zwanzigsten Mal, also man will das sehen, ja? Aber selber spielen. Also bis jetzt hat die Map auf jeden Fall ziemlich viel abgefucktes Zeug. Verdammte Scheiße. Kann doch nicht so schwer sein. Wir sind einfach totale Noobs. Da dran liegt's. Wir haben halt nicht die notwendigen Skills. C'mon, was denkst du? Let's Play, äh, Kaizo Mario? Nee, äh, Let's Play, I Wanna Be That Guy, hä? Ah, ja. Ja? Wo dann auch noch, wo dann hier so ein richtiger Mittelfinger, weißt du? Du kennst I Wanna Be That Guy, ne? Natürlich. Es gibt jetzt auch I Wanna Be That Guy Guiden. Das ist Teil 2. Oh Gott! Ja, oh, ja, oh. Und das hat so einer, Alter, das hat so einer so mal im Livestream gespielt auf der Evo. Das ist so ein Street Fighter Fighting Game Tournament. Und das ist halt so ein krasser, so ein krasser Pro-Fighting Game Spieler. Und der hat, der ist da dran so, der ist so zerbrochen da dran, einfach nur. Das war so fürchterlich. Aber war cool so zu sehen, deswegen. Naja, also, Wanna Be That Guy ist ja auch mehr Plattformer. Na! Warum ist hier ein Loch? Ah! Nein! Ich, jetzt, jetzt reicht's. Also, jetzt ist mein letzter Versuch, wenn ich jetzt nicht schaffe, dann, ja, nee, das war's. Ich, ich, nee, okay, noch ein Versuch. Komm, mach jetzt. Hier, Schwein, komm los. Ah! Trau dich. Ich hab's eben fast geschafft. Und dann hast du mich mit Mutterwitzen abgelenkt. Ja, wenn du da so empfindlich bist, Pussy. Meine Mutter war eine sehr ehrbare... Mach. Ach. Eine sehr ehrbare Sau. Hahaha. Die Schweinewitzen. Die kommen einfach, die fliegen mir so zu. Die kommen einfach. Komm, film mich aus der Ecke. Ich mach hier meine olympische Performance. Iron. Oh, ja. Das schneiden wir raus. Und da ist er. Im ersten Drittel. Und da. Nein, nein. Immer diese Stelle. Immer dieselbe Stelle. Ah. Ah. Es tut so weh. Irgendwann steigerst du dich so da rein, ne? Und irgendwann steigert sich dein Laptop aus dem Fenster. Bist du nicht derjenige, der hier Super Meat Boy? Ja. Und die ganzen harten Plattformen hat? Oh Mann, ja. Aber in Minecraft, in Super Meat Boy, wenn du da verkackst, dann hast du das auch verdient. Weil du das Spiel nicht gut genug beherrschst. Und hier? Das liegt an dieser blöden Steuerung. Wenn ich einen Run-Button hätte, wäre das alles wesentlich leichter. Außerdem. Deswegen. Darum. So, pass auf. Oh Gott. Schwein, mach mal selber weiter hier. Ey, das kann nicht sein. Am ersten. In der ersten Hälfte. Wir haben. Oh. Von dieser Map, ey. Das werden hier 300 Parts. Let's Play. Ja. Ich fürchte auch. Ja, dann wird's wenigstens eine schöne, lange Serie. Na. Ungefähr ab der Hälfte brauche ich ein neues Herz und eine neue Leber, weil ich mich, ne. Einen neuen Laptop brauchst du ja eh. Neuen Laptop. Muss ich mir ein Herz transplantieren lassen noch. Wegen dem Blutdruck. Du verkaufst einfach eine Leber. Ah. Weißt du, wenn du schon an der Herz-OP, dann können sie dir gleich eine Leber rausnehmen. Mhm. Ich meine, du bist ein armer Student, du machst das dann sowieso in Mexiko oder in Osteuropa. Ja klar, selbstverständlich. Die besten, die besten Organ-Transplantationen, äh, Transplantation. Ach, ich höre auf zu reden. Ich bin einfach, ich kann mich so nicht konzentrieren. Schwein. Ich kann unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten. Ich halte, ich halte jetzt mal einfach die, die Klappe und mach das jetzt hier. Ich mach das jetzt. Pass mal auf. Ah. Komm schon. Äh. Geht's auch langsam mit den Fingern. Ah ja, ne. Ah, so muss ich eine Sekretärin fühlen. Anstatt nur tippen und andere Sachen. Äh.